Huch, wo sind denn die Außenspiegel? Nein, die muss man nicht als Extra-Ausstattung bestellen, die braucht man nicht mehr. Das gehört zu den technischen Highlights des neuen LKW von Mercedes. Der aktuelle Actros ist ein vollvernetztes, ultramodernes Hightech-Arbeitsgerät mit digitaler Rücksicht. Die so typischen Haupt-Rückspiegel und Weitwinkelspiegel wurden beim neuen Actros durch Kameras ersetzt. Zunächst ist das für die Fahrer eher gewöhnungsbedürftig, dennoch bietet diese Lösung enorme Vorteile bei Sicherheit, Fahrzeughandling und nicht zuletzt bei der Aerodynamik. Das System besteht aus zwei nach hinten gerichteten Kameras, deren Bilder auch auf zwei Displays im Inneren des Fahrerhauses angezeigt werden. Die digitalen Rückspiegel beeinträchtigen die Sicht nach hinten nicht durch Regen oder Schmutz und das ist nur einer der Pluspunkte. Fahrer, die mit diesem System Millionen von Testkilometer abgerissen haben, entdecken noch ganz andere Vorteile. Die hochkant stehenden Monitore sind an den A-Säulen befestigt. Nach einer erstaunlich kurzen Umgewöhnungszeit finden viele Fahrer den Monitor dann sogar besser und hilfreicher als den normalen Rückspiegel. Eingeblendete Distanzlinien helfen dabei, den Abstand am Ende des LKWs zu anderen Fahrzeugen präziser einschätzen zu können. Wenn ich blinke, werden die Linien verlängert, wie man hier sieht und jetzt kann ich hier genau einschätzen, wo mein Fahrzeug, also das hinterherfahrende Fahrzeug sich befindet und in diesem Bereich der mittleren und oberen Linie sollte das Fahrzeug sich befinden. Wenn es sich in der Nähe der unteren Linie befindet, ist ein Ausscheren gefährlich. Zusätzlich arbeitet die MirrorCam mit dem elektronischen Abbiegeassistenten zusammen. Deshalb kann der Fahrer nun auch Dinge im vormals toten Winkel erkennen, was nicht nur die Überlebenschancen von Radfahrern erheblich steigert. Für die Überlebenschancen des Spediteurs ist die Wirtschaftlichkeit des LKWs bedeutend und die wird maßgeblich vom Spritverbrauch des Arbeitsgerätes beeinflusst. Der neue Actros kann im Prinzip voll automatisch Sprit sparen, wenn man ihn lässt. Der Tempomat arbeitet mit dem Navi zusammen und steuert den Antrieb des LKWs weit vorausschauend. Das Fahrzeug hat jetzt erkannt, dass es hier bergab geht und tätigt selbst eine PPC-Regelung. Das heißt, er beschleunigt nicht, sondern er lässt einen Roller, weil er sagt, er beschleunigt ja jetzt selbst, da brauche ich keinen Kraftstoffverbrauch, weil ich in der nächsten Kurve auf meine Zielgeschwindigkeit 41 jetzt wieder ohne Bremse. So nimmt er schon vor einer Kurve rechtzeitig Gas weg, um dann die Kurve mit der besten Geschwindigkeit zu durchfahren. Ebenfalls vorausschauend legt eine Getriebesteuerung auch den optimalen Gang ein. LKW-Fahrer sind ja inzwischen Mangelware, da sollten die Speditionsunternehmen ihrem Personal wenigstens attraktive Arbeitsplätze bieten. Vielleicht hilft da das neue ultramoderne Fahrerhaus mitsamt Multimedia-Cockpit. Über zwei große Displays lassen sich sämtliche Daten oder Assistenzsysteme ablesen, einstellen und steuern. Apple CarPlay und Android Auto, alles kein Problem. Klar, so viel Hightech hilft natürlich auch dem Fuhrunternehmer. Durch die Echtzeitkontrolle des LKWs per GPS und Mobilfunk kann er den LKW und damit natürlich auch den Fahrer optimal disponieren. Damit lässt sich der LKW möglichst wirtschaftlich einsetzen, andererseits sind die Fahrer damit im Grunde ständiger Kontrolle ausgesetzt. Vielleicht mit ein Grund, warum nur noch so wenige Menschen Lust auf diesen ohne dies schon stressigen Job haben. Denn im heutigen eng getakteten und elektronisch optimierten Güterverkehr ist kaum noch Platz für Romantik. Aber die große Freiheit der Fernfahrer mit dem 40-Tonner-Diesel auf langer Tour, das war schon immer ein verklärter Trucker-Traum. Dreimal Diesel und dreimal Benzin macht sechs Varianten des nagelneuen Evoque von Range Rover. Jenem SUV, der vor allem junge Menschen begeistert. Vor sieben Jahren rollte der erste Evoque aus den Werkzeilen von Range Rover. Jetzt folgt die zweite Generation. Der Evoque 2020 wurde natürlich deutlich modernisiert. Außen wie innen. Der neue ist nun ein paar Zentimeter länger, was den Passagieren im Fond zugutekommt. Der Kofferraum wuchs ebenfalls um rund 16 Liter, aber die wirkliche Revolution findet im Innenraum statt. Dort ist der neue Range Rover seinem großen Bruder dem Villa gefolgt. Vor allem bei der Digitalisierung und dem Bedienstkonzept. Zwei große Monitore auf der Mittelkonsole bilden die Schaltzentrale. Alles wirkt aufgeräumt, hypermodern, fast futuristisch. Die Sitze extrem bequem, vorn wie hinten. Die Geländeübung wird im Hamburger Hafen im künstlichen Parcours erledigt. Klettergerüste, Hügel, Schrägen, eine Wippe mit Hydraulik. Dieser Autoabenteuerspielplatz passt irgendwie zum Auto wie zur Zielgruppe. Wie in einem Computerspiel wirken die unzählig im Auto verbauten Kameras und Scanner. Eine davon liefert ein Bild auf den Monitor, das zeigt, wie es unter dem Wagen und vor allem in unmittelbarer Nähe der Vorderreifen aussieht. Beim Thema Wartiefe sprechen wir mittlerweile von 60 Zentimetern, also 10 Zentimeter mehr als beim Vorgänger. Beim Antrieb ist eines besonders wichtig. Der Evo wird mit fast allen Motorisierungen als Midsize-Hybrid angeboten. Ein 48 Volt Akku sorgt dann für elektrische Momente, die vor allem beim Anfahren für spontanen Vortrieb sorgen. Bei den Dieselversionen reicht die Leistungspalette von 150 bis 240 PS. Bei den Benzinern kann man zwischen 200, 250 und 300 PS wählen. Alle Versionen sind geländegängig. Das Active Drive Line System aktiviert den Allradantrieb erst, wenn er tatsächlich angebracht ist. Das Steuerungssystem Terrain Response 2 erkennt, auf welchem Untergrund sich der Evoque befindet und justiert alle wichtigen Fahrzeugsysteme entsprechend. Der Rückspiegel bietet inzwischen nicht mehr ganz neue technische Sicht der Dinge. Er verwandelt sich auf Knopfdruck in einen Videobildschirm. Falls der Kofferraum oder Passagiere auf der Rückbank die Sicht nach hinten verdecken, liefert der Videospiegel ein genaues Bild von allem, was sich hinter dem Evoque aufhält. In Sachen Design ist der jüngste Range Rover sicher ein außergewöhnlicher Typ. Vermutlich wird er wieder ein Erfolgstyp. Die Preise in Deutschland starten bei 37.500 Euro, wobei das Spitzenmodell mit 300 PS die 70.000 Euro Marke locker überschreiten kann. Toyota Camry, den gab's doch mal. Den gab's immer nur in Deutschland seit 15 Jahren nicht mehr. Denn damals nur ein V6 Benziner und keinen Diesel zu haben, das war das Ende. Heute scheint der Diesel am Ende, weshalb er nun zurückkommt. Ausschließlich mit einem Antrieb und ausschließlich als Limousine. Wir haben den Avensis eingestellt. Er ist letztes Jahr ausgelaufen und da fehlt uns in diesem Segment natürlich ein Fahrzeug. Und da haben wir mal geschaut, was Toyota weltweit im Angebot hat. Und da sind wir auf den Camry gekommen, was eine große, komfortable Limousine ist. Und wir setzen da ganz stark auf den gewerblichen Markt, vor allen Dingen auf den Taxi-Markt. Und dort in diesem Segment sind solche Limousinen sehr gefragt. Diese Aussagen versteht man nur mit den technischen Daten. Der Vollhybrid hat einen 2,5 Liter Benziner und einen E-Motor mit einer Systemleistung von 218 PS. Der braucht 8,3 Sekunden bis auf 100 und seine Spitze liegt bei 180 kmh. Das Fahrwerk ist eher amerikanisch abgestimmt und die Automatik gewöhnungsbedürftig. Und das gegen die deutschen Platzhirsche? Das würde schief gehen, wenn da nicht 4,90 Meter Länge wären, bei nur 1600 Kilo Gewicht und das bei einer Werksangabe von 4,4 Liter auf 100. Der Wert ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, denn gegen den Trend ist es kein Plug-In-Hybrid, was eine kleine und leichtere Batterie ermöglicht. Dementsprechend spielt er seine Stärke in der Stadt aus, wo die sehr wirksame Rekuperation zum Sparschein wird. Und es ist sein großzügiges Platzangebot, vor allem im Fonds. Aber im Außendienst ist der Firmenwagen auch immer Belohnung, weshalb wohl nur die mit den schlechtesten Abschlüssen ihren Vertreter Diesel abgeben müssen. Wo es nur um Stop & Go geht, da zählen auch die Gesamtkosten. Also wenn man mal mit Taxifahrern spricht, das sollte man in Berlin tun, da ist jedes vierte Taxi ein Toyota, dann kommt ein Taxi-Unternehmer schnell darauf, dass ein Hybrid im Stadtverkehr ungefähr die Hälfte verbraucht, das was ein konventioneller Diesel verbraucht. Er hat eine Reichweite für die Bremsanlage, das heißt Bremsscheiben und Bremsbelege von über 150.000 Kilometern. Das heißt, seine Wartungskosten, auch durch die Zuverlässigkeit, sind extrem niedrig. Was an Sportlichkeit fehlt, wird mit Elektronik aufgefüllt. Die Liste der Assistenzsysteme ist auf der Höhe der Zeit und angemessen lang. Sollte noch erwähnt werden, dass auch der Kofferraum mit 525 Liter durchaus für die Personenbeförderer reicht. Seit Mai ist er zu haben und geht mit einem Basispreis von 40.000 Euro an den Start. Untertitelung des ZDF für funk, 2017